Jens, du rennst hier über dem Platz, als wären gerade auf dem Klo die Rolle alle gewesen. Ne, Ferdinand, klasse. Trippelt doch alle auf einmal aus. Sind ja nur elf. Aki, ich setz dich die komplette Tribüne auf die Saison. Andi, kennst du das Lied von Nena? Ich geh mit dir, wohin du willst. Ja, dann bleib da jetzt dran. Hey, Andi! Boah, ey, der ist so hohl. Der hat sich letztens einen Sakko gekauft, dann ist er bei uns in der Raucherkneipe. Da kam er drei Stunden raus und hat gesagt, jetzt habe ich ein Smoking. Andi, heute bist du wieder klasse. Schön und schnell. Schön blöd und schnell müde. Andi und Stefan, werdet ihr bei Wer wird Millionär eine Antwort? Dann hätte ich aber noch ganz viele Fragen. Rann da jetzt, Männer. Bei dem Leistung verteile ich gleich Schlafsäcke. Ey, Linienrichter, wem winkst du denn? Bist du Fluglotse? Erwan, wenn du gleich aus dem Tor in den Sturm gehst, dann haben wir jedenfalls eine dicke Chance.